Hallo, mein Name ist Marcel Stamm und ich bin Projektmitarbeiter bei InnoSys Nordwest. Hier bin ich verantwortlich für die technischen Anwendungen rund um die Lasermaterialbearbeitung, die Werkstoffkunde und die Fügetechnik. Bei vielen thermischen Prozessen wie Wärmebehandlung oder dem Herstellen von Schweißverbindungen kann es sinnvoll sein, eine mikroskopische Untersuchung des Gefüges an den entsprechenden Stellen durchzuführen. Auch Bruch- und Schadensstellen bieten sich für weiterführende Untersuchungen an, um Ursachen festzustellen. Hierfür nutzen wir unsere Metallographie-Werkstatt, um Bauteile entsprechend zu präparieren und unter einem unsere Auflichtmikroskope zu analysieren. Diese Arbeitsgänge möchte ich in diesem Video näher beleuchten, um Möglichkeiten für Ihr Unternehmen darzustellen. Veranstaltungsprogramm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020